Trompeten benötigen einen sehr hohen Schutz beim Transport, da Schallbecher, Ventile sowie Klappen und Züge sehr empfindlich sind und vor Stößen geschützt werden müssen. Beim GEWA Trompeten Gig Bag SPS wird ein robustes, reißfestes und wasserabweisendes Außenmaterial verwendet und es hat eine 20 mm Schaumstoffpolsterung. Das SPS steht für Side Protection System. Fiberglas wird in die Außenwände eingearbeitet und stabilisiert die Tasche so gut, dass sie die Funktion eines Koffers übernimmt. Die Sperrholzverstärkung im Schallbereich schützt das Schallstück von oben und der zweifache stabile, fest verbundene Reißverschluss ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Gig Bags und schafft ausreichend Freiraum zum Hinlegen der Trompete. In einem GEWA Trompeten Gig Bag SPS ist die Trompete sicher verpackt, das großzügige Zubehörfach an der Vorderseite ist ideal für Noten oder teilbar für Notenständer und für alle anderen Utensilien. Dazu gehören außerdem eine Tasche für das Mundstück und eine weitere, kleinere, herausnehmbare Zubehörtasche. Der Softgriff, Seitengriff oder die fest angenähten mit einem neuen, schnellverschlussversenkbaren, gut gepolsterten Luxus-Rucksackgurte sorgen für einen sehr hohen Tragekomfort, sodass Bahn und Radfahren kein Problem sind. Auch der breite Schultergurt ermöglicht ein bequemes Tragen. Egal ob Schüler oder Profi, dieses Gig Bag eignet sich für alle Trompeter.